Wir nehmen... Natürlich. Nein, ich bin... Nein, ich darf... Juraak. Fast Level 100. Ja. Wir haben richtig reingehauen. Mhm. Es waren auch coole Parts, es hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, aber jetzt gehen wir sozusagen Richtung Ende des Let's Plays hin. Durchlaufen. Und ich habe das Spiel seit Ewigkeit nicht mehr angefasst. Das ist das erste Mal, dass wir es hier 2017 anfassen. Ja. Und ich habe... Ich kenne noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so viel. Ja. Logok. Der macht nichts. Nur unser. Ne, ne, nur unserer macht was. Das ist es, ja. Oh! In den Boden! Was war das denn jetzt gerade? Ich habe hier gerade keine Ahnung, dass ich fliegen muss. Was ist mir überein? Ich weiß nicht, wie das geht! Ich habe verloren. Ja, ich habe verloren. Ich wo... Ich weiß nicht, wie das geht. Fuck. Ich... Ah, okay. Jetzt heiße ich es gleich. Ich mache einfach irgendwas, also. Jetzt gehst du hier ab, ey! Fuck. Ja. So, vielleicht machst du es wieder raus. Feuerschlag. Äh, ja, okay. Fair. Setz auch Psyanne ein. Ja, Brückenwirbel, glaube ich, nicht. Standpauke. Äh, oh, ich habe es, glaube ich. Na ja, genau, wie ich gerade sagen. Ich glaube... Ne, ich habe es noch nicht. Boah, erstmal wieder reinkommen ins Spiel, ne? Übeln. Alles habe ich noch nicht im Kopf, aber ja. Aber das reicht auf jeden Fall. Endgültig gewonnen. Boah, krass, wie ich früher abgegangen bin und jetzt kann ich gar nichts sagen. Ja. Voll geil. Warte. Boah. Und jetzt die... Drachen... Nein, die Drachen... Was? Ja, nervt auch nicht, Mann. Hat sie immer schon genervt? Ja, sie hat immer schon so genervt. Nein! Oh, ernsthaft. Tja. Egal. Dann mach das Ganze halt nochmal. Jetzt hast du... Jetzt kriegst du solche heftigen Dinger, ey, ne? Oh, ernsthaft. Vorhin gar nichts. Ich mach das ganz bestimmt nicht noch mal. Was schon schön genutzt? Okay. Wow. Ich hab's irgendwie gewusst, ne? Oh, klar. Also, was gewisserte. Ne, 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 ne. Hey, ich hab's auch irgendwie ein bisschen gewusst, als... Boah, hä. Übel. So, jetzt, jetzt, weiter, bin. Ja! Mobbing! Mobbing! Aber richtig! Evil Toll! Du kannst den Schild... Ja komm her! Oh was hast du denn? Ja äh gleich... Ja! Ja vorbei! Evil Toll! Wow! Das war knapp! Evil Toll! Oh! Ja er wird übelst getrunken! Was? Ja! In den Brunnen! Einstammt! Das war richtig! Okay ich hab sie da vergessen... Wie ich das noch... Hä? Abgebrochen! Als ob... Betrug! Er hat auf Einsatz von meiner Willen und wo er will... Ja klar kann nicht... Als ob das jetzt abgebrochen wurde ne? Ja! Ja... Aufs Maul! Hä? Alter was ist das für ein Betrug? Ihr sollt auch weil ich das Spiel nicht mehr mag! Äh... Als ob... Ja klar aufs Maul ganz ehrlich mal... Ich will nicht... Ich will nicht... Ohhhh... So jetzt aber... Nein! Scheiße! Spiel! BAM! Hab dich! BAM! Alter das ist so krank! Äh... Ja! Hab dich! Und das war's! Hab dich! Hab dich! Hab dich! Und schon wieder der Geobo! BAM! Ey nein! Fuck! Biti! Nein! Zu früh oder? Nö! Alle Attacken kritisch! Oh ja! BAM! Ha! Deswegen schon vorbei ne? Ja! Ich wollt grad sagen! Das war's schon! Ja! War ein Kick! Nur! Ich hab da eben grad hinten Tropius gesehen! Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen! Ja! Ja! Flammenwurf kennen wir! Oh! Zack! Ja! Ja! Hä? Wenn die irgendwie im zweiten Kampf irgendwie stärker?! Was soll das denn jetzt?! Hashtag Betrugübeln! Ah! Schutzflamme! Und noch nen Schlag! Genau! Schutzflamme! Und... Nicht legit! Haha! Ja jetzt beruhig dich mal! Oh ja! Jetzt aber! Ja! 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 Jawoll! Volltreffer! Kombo von früher! Ich weiß nicht! Ja! Klar zieht nicht mehr so viel ab jetzt! Aber egal! Oh! 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 Übelst weggekickt! Fünf Gegner genommen! Und... Äh... Genommen? Du denkst jetzt gerade zwei deutlich, nicht ich! Ja! Genommen wäre eigentlich so ein falsches Wort, ne? Gekämpft! Ja! Danke! Ich müsste eigentlich jetzt übel zum Vorteil sein, würde ich sagen! Ja! Hat man gesehen, ne? Ja! Und fängst! Hm? Glut! Das ist aber ne große Glut, ey! Ja! Ich konnte mich mal angreifen, geil! Ich wollte Feuerschlag machen! Voll in den Angriff rein! Und dann ging's nicht! Okay! Ja! Ich mach nen ganz normalen Angriff! Ja! Klar! Jetzt geh! Nee! Ihr wollt grad sagen! Machst du hier einen auch prima Ballerina oder was? Ja! Tatsächlich, Mann! Boah, Mann! Boah! Fußgick! Vor allem... Boah! Vor allem… Du machst einen Fuß gegen einen Geist-Pokémon! Egal! Na na na! Oh! Oh! Wie er so ein Tschiss sagt, ne? Ja! Boah! Ja, ich wusste, ich kann fliegen. Zack, hier ganz langsam. Aber eh. Aber eh. Was? Ja, aber ja. Ja. Ja, mit AKP. Egal. Hat schon gereicht. Geil. Ja, aber das hat schon gereicht. Deswegen kam der letzte Angriff gar nicht. Naja, trotzdem. Macho Mai. Gegen den hatten wir unsere allererste Niederlage. Ja. ich erinnere mich aber diesmal nicht nein jetzt hab ich die Stadt wieder ausgemüht ja ist egal der pusht sich schon mal, alles klar wir fehlen nur noch die Spritzen du hab ich mariniere fertig das könnte schneller siegen werden Schaufel boah du bist so dominiert ja was machst du denn nicht springen komm jetzt kommt es, jetzt kommt es wieder die Kombi drachenklaue ja so wollte ich es beenden 96 alte liebe ja alles klar wir haben es kapiert mach weiter schon wieder ein Glücksbonus was du bekommst Krieger warte ich hab einen Ort hier war mir klar war mir klar dass du das machst weil du hast ja gesagt du hast ja erst mal einen Coyote gesehen ja ich weiß aber ich hab's bisher immer noch nicht wieder gesehen das ist das Problem Alter was zu da ist ein Schwimmer da ist ein Ubo da ist ein Walmer ich versuche gerade im Hintergrund so ein bisschen aufzupassen ob ich das Coyote irgendwo sehe was der hat dich gepackt ich schlage ne ja schlag nicht bitte unser erster Niederlag ne Betrug hoch 10 alles wir haben schon einmal gegen ein Pokémon verloren das erste der erste Kampf vorher aber Betrug hoch 10 ne so gewonnen ich hab's immer noch nicht gesehen ich versteh's irgendwie nicht ey ich hab's doch einmal gesehen ey mann da ist der Dara oh wie mich das an Vorsicht ich hab es einmal gesehen das weiß ich ganz genau oh Gott ich oh oh ich will's hinter mir haben ich kann's jetzt gegen Sklapper ok komm Courag hä der steht da sogar unten ich weiß hier haste ein Knackion äh ja joo wollte ich gar nicht wollte nen Feuerschlag machen aber egal hast du Glück gehabt dass das noch geklappt hat was ja und ich hab so ja ja Junge feuer mich so pass auf pass auf du schaffst es noch 3 zu 3 zu 0 ne boah das wär geil das wär geil Angriff aber wenigstens sinkt was Junge Trotz der Hintenverteidigung es ist sehr 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 langsam das bringt mir nichts und jetzt äh tschüss auf Verteidigung sinkt das war knapp das war's das war's Feuer dann halt so ein Kampf noch ne nein nein das war's schon yes ich sag's doch 3 zu 0 ne ja ich lass mich vom Angriff kommen ne Wampen Wampenangriff yeah man und wo's geht oh das ging schnell läuft ja ja irgendwie geht's schnell ne oh 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 jetzt hast du zum ersten Mal Schaden bekommen hmm poam ja Zwickul ja ein Kämpfer mit dem ich angeblich gut spielen kann okay los geht's gut ja ich bin grad geflogen oh Mann ich hätte so gerne drauf ja okay beruhig dich shit natürlich hat es jetzt funktioniert ne ja weil wenn man einen angreift dann achso oh Flieger hey wie soll ich so langsam oh 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 ich sollte nicht springen aber du solltest sterben ja im Dojo haben wir schon lange nicht mehr gespielt ja na endlich danke aber einmal müssen wir dann nochmal am Ende gegen Schatten Mewtwo dann mit Reshiram ah oh naja das war wohl süß alles klar ja okay er kann nicht fliehen das war's A ja der buckt und DUMMES hab dich boah ohne Witz kann man die da oben ausschalten nein ja zack vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin ja aber wir wachen doch noch NINE ooooh Mann! Immer wieder dasselbe, ne? Gegen Glurak, ne? Glurak gegen Glurak Trainingsarena Aber ich treffe, ne? Flammenblitz! Oh, der Witz ist so geil Flammenblitz! Wie bei mir bei Smash Bros, ne? Wow! Der Volt, der hat... Autsch! Wollte er gegen mich die Drachenklaue einsetzen? Ja! Ähm... Nein, ich guck mich auf! Hä? Wie war das? Du packst dich ab! Ich dachte wirklich, der Kick wär etwas stärker Okay Keine Sorge, Hurak, wir ficken diesen Baruch aus Ohhhh! Flammenblitz! Und jetzt... Drockenglaue! Nein! Ey, Alter! Da macht man einmal! Dein halbem Geowurf! Und dann das! Kaboom! Voll in den Rücken rein, ey! Ja! So, jetzt kommt noch Knack-Krack und Shuttle Mewtwo, ne? Ja! Ja! Oh, Shuttle Mewtwo! Oh, Knack-Krack! Hä? Was sollte das denn jetzt? Das hat mich wirklich enttäuscht! Tja! Ja, 3-0! So, jetzt Shuttle Mewtwo! Okay, ich nehm alles zurück! Okay, ich nehm alles zurück! Kann ich eine Chance mehr oder was? Los! Trink mal ein paar mal Nieren bei! Hey! Abgefahren! Nicht sehr netten Gast abzulegen! Pfff! Okay, ja, sorry! Genau, heil mich bitte mal! Danke! Tja! Tja! Das war's! Ja! Und tschüss! Und jetzt wollten wir noch den Extra-Kampf! Ein Kampf mit speziellen Alten! Genau! Aber das machen wir im nächsten Part! Dann machen wir ein paar mehr Kämpfe! Und danach ist... Ne! Einer koche! Ich hab keine Lust mehr! Ja! Zwei Runden! Hä? Also ich seh hier nichts Neues! Sorry! Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht da was genauer wisst? Oder... Einfach nur... Ja... Keine Ahnung! Hä? Was ist denn das für ein Pack? Auf jeden Fall war's das mit diesem Let's Play! Das war jetzt wirklich der letzte Part! Ja! Nachdem wir das Spiel eigentlich nach zwei Tagen schon komplett durchgesuchtet haben! Ja! Sind momentan glaube ich gerade mal 17 Parts online! Trotzdem ist es wirklich ein klasse Spiel! Auf jeden Fall! Ja! 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 Ja!